So, zweite Halbzeit. Ich schläge gerade das los. Oh Mann. Gut, ich bin noch auf uns bitten. Spielergebnis. Es gibt nur Leute, die viel besser sind, oder? Ah nee, das ist jetzt hier. Wollen wir mal gucken, oder? Gareth Walker ist 10er, gut. For the poor. Knapp. Was kommt jetzt? Es kommt noch in die zweite Halbzeit, oder? Schauen wir mal, wie gut du bist, wenn du den Ball in die Hälfte legen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. Oh. Du, da wo ich der auch gerade so gerade 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 so, also es hätte es Wächter werden können. Ich würde ihn so in die Frise auch nehmen. Ich würde ihn so in die Frise auch nehmen, aber das ist das, was du bekommst, wenn du mit einem großen Junge spielst. Oh ja, bringe ihn dann runter. Wo ist Geref, Geref, Dote? Dote? Next will be testing you on your ball control. Oh. Oh. Bonuspunkte? Nicht viel. Gut. Okay. Ah, wieder bloß so knapp und wieder der Tod hinter mir. Geref, Walker? Er hat wieder aufgeholt, ist Fünfter. Gut. Merke ich mir. Gut, der Kleine sagt, Dote. Hm. Es kommt. Okay. 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 Wird schwierig. Abschluss. Höre ich bloß von hinten. Hm. Boah. Hunter... BAM! Ich wollte auch nicht auf, der Walker zu kratzen. Also... Das ist schon ein Vierter, ey. Der Hüter ist nicht schlecht. Angriff zu Beginn 3. Wir müssen nicht vorbeikommen. Boah! Geiles Ding! Jawoll! 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 Ich freu mich wie die das Beton damit werden. Und jetzt bin ich neu erster, boah. Komm! Besser als 7,0, das war ja gar nichts. Hätten durchschießen können. Schönen Dank. Danke, Mr. Baker. Ich arbeite sehr hart, nur um dich vorbereitet zu sein. Das zeigt, Mann. Bleib auf! Komm schon, Junge. Komm schon. Sichtungslehrer. Schon wieder ein Stoß. . Wichtig. . Untertitelung des ZDF, 2020 Whippin' it! Whippin' it! Wippin' it! Wippin' it! Says he wants it. itations! We're in. Müssen wir mal zu blieben?! Oh nein! Oh nein! Ich bin ein Dang! Ich bin ein wegges Licht! Ich bin ein wegges Schmerz! Schmerzлетile lets euch das! Das war's gut. Noch schwächer als... äh, jetzt war ich ganz schön ruhig gerade, ich war gerade ganz schön fokussiert und, ja. Ich bin gerade ganz schön schlecht. Dieser rote, dieser Stern über den Kopf hoch, ja, verwirrt mich bloß immer, ich dachte, ich denke immer, ja, ja, der ist immer hier am Schapitzel. Jetzt habe ich dort frei gemacht, jetzt spinnen sie wird noch lang. So. Äh, wieder und wieder, jetzt habe ich den Ball, endlich wieder, no, wieder! Boah! Böses V-Spiel. Boah! Da habe ich nochmal Schwein gehabt, da habe ich nochmal Schwein gehabt. Komm, 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 komm. Ich hörest du dir. Boah! Jedes Mal werde ich gelegt! W-Spiel. 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 nicht gut mit hand zu spielen wort da war wort war kann display wort die gesamte pro jahr wenn er da am display today sommer wird mögliche pläder gehen Jetzt, über die nächsten paar Tage, die Scouts werden ihre Performance-Notes anschauen, wie auch ich. Einige von euch vielleicht sind das Glück genug, um ein Pro-Kontrakt zu bekommen. Aber wenn das Telefon nicht ringt, nicht aufzuhören. Keep working hard, keep improving. Wenn du einen Knock-Back-Back-Back machst, Football ist nicht die Karriere für dich. Das ist alles für heute. Glückwunsch zu euch! BAM! BOOM! Ja, guckt noch schön zu. Er fliegt raus. Er fliegt raus. Wer muss denn noch öfter haben, den Böden? Charakter quasi. Er fliegt raus. 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 Ich hätte früher Sammel Karten. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. Wir sind absolut die Leute für die nützlichen Potenzial. Und ihr, Mädchen? Ihr habt es aus deinen Ecken. Ihr braucht Representation? Du nennst mich. Oh man, der hat's nötig, der Junge.